Was schreibt er denn? Die, die, die. Ja, ha, 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 ha. Ein freundlicher Gehör. So. Äh. Alter, mach dir die Tür auf? Oder bist du das? Das ist er, das ist er. Alter. Geisterbuch, okay. Wollen wir kurz gehen und nach Orb schauen? Alter, schon. Helfer, helfer. Alter, ich hab sie sowas von drauf. Die Sichel, Alter. Oh, hab ich mich erschrocken. Oh mein Gott. Ich kann nicht mehr. Sie ist weg, sie ist weg, sie ist weg, sie ist weg. Hat sie wieder Wasser angemacht? Ja, mach das Wasser aus, Alter. Ich komm hier nicht mehr raus, was hab ich getan? Hallo? Ich komm hier nicht, ey, ich, ich häng fest? Ich häng fest? Das ist jetzt nicht dein scheiß Ernst? Aber hock dich, hock dich, hock dich, hock dich mal hin. Lauf mal seitlich, also mit A. Hockend? Wir sind so im Arsch ohne Mist, ey. Wir sind so im Arsch. Ich will hier raus. Ich komm nicht raus. Ich komm nicht raus. Nein, er kommt. Er kommt, er kommt. Fuck it, wie komm ich hier weg? Bist du tot? Nein. Alter, er war schon zweimal da. Er hätte uns lang weg machen können. Er macht schon wieder Wasser an. Er ist ne Putzfee. Wie komm ich jetzt hier raus? Ich will hier raus. Sag mal, steh ich auf der Badewanne? Ich komm nicht weg. Du stehst bei mir in dem Eimer. Scheiße, Mann. Ich komm nicht raus. Kann ich hüpfen? Nein. Ne, kannst du nicht. Jetzt bist du unter mir. Ich will hier raus. Ich will hier raus. Geh mal da weg. Vielleicht komm ich eben wieder raus. Fuck off. Da kann ich nichts anderes. Hier crouchen oder so. Springen. Keine Ahnung. Ich, äh, das... Ich kann jetzt hier nicht drin bleiben in dem Kackraum. Das machst du, Folge. Fuck it. Geht's noch nie. Ich, ich geh jetzt raus, okay? Was machst du? Ich geh raus. Du gehst raus? Ich, ich, ich hau nach Geister-Orbs. Du, du... Alter, du kannst mich doch jetzt nicht hier alleine lassen. Das war ohne Schein. Das war ohne Schein. Ich kann hier nicht alleine bleiben. Fuck it. Sonny, lebst du doch? Nimm mich. Ich kann hier nicht bewegen. Bitte nimm mich. Nimm mich bitte. Nimm mich bitte. Nimm mich bitte. Ich will sterben. 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 Alter, wenn du stirbst, ne? Dann, dann sind wir im Arsch. Nimm mich. Komm bitte. Ich will sterben. Ich, ich kann das nicht mehr. Ich komm hin. Los, komm. Bitte nimm mich hin. Sie ist weg. Sie ist weg. Ja, kacke. Ich komm hier nicht raus. Ich komm hier nicht raus. Was? Die dumme Kuh, die läuft hier rum, ey. Ker, mach das Wasser aus. Da ist Verschwendung. Alter, verdammt. Mach das Wasser aus. Maler, mach das Wasser aus. Was? Wie bin ich denn hier reingekommen, verdammt? Was? Okay, Sonny. Nee, ich hab das nicht. Scheiße. Hab ich das gemacht? Was schaffst du nicht? Du gehst jetzt, du rennst, du rennst jetzt zum Aus... Riecht ein bisschen nach Pipi, nicht nur ein bisschen. Du rennst jetzt bitte los zum Auto. Und drückst auf den Knopf, dass wir hier wegkommen. Ich bleib hier nicht alleine die ganze Zeit, du hast sie ja nicht alle. Los! Ich muss aber noch schauen, ob wir Geister-Orbs haben. Ja, du guckst nach Geister-Orbs. So lange bleib ich hier und bin mucksmäuschenstill. Ja, wir reden schon noch, ansonsten bin ich... Geist, bist du da? Such mal... Oh fuck! Du warst das, okay. Geistmaler geht jetzt die Treppe runter. Hol sie dir, hol sie dir, hol sie dir! Oh fuck, die ist bei mir. Du wirst... Werelder geht... Auft ihr... Die Chick workforce... die steht hinter mir und wartet die sind die 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 ... ... ... ... ... Ich bin so im Arsch, ne? Er kommt schon wieder. Der macht dann dauernd die Tür auf und zu und läuft hier rum in dem Raum. Maler! Das sind kein... Überleg ruhig in Ruhe. Hast du die Taschname für die Fingerabdrücke? Ja. Dann läuchte mal an die Tür. Ich sehe aber nichts aus meinem Eimer. Läuchte mal an die Tür. Der läuft hier schon wieder rum. Alter, wenn ich mich jetzt umdrehe und leuchte dem Gerät ins Gesicht, ne? Dann reiße ich mein Setup hier auseinander. Das ist dir klar, ne? Auf dem Waschbecken ist eine Kamera. Durch die Kamera schaue ich gerade. Da ist niemand. Sie ist da, sie ist da, sie ist da. Sorry, dreh dich um, dreh dich um, dreh dich um. Sie ist da, sie ist da, dreh dich um. Du kannst mich mal. Du kannst mich mal. Ja, Mann! Hinter mir ist der Scheißgeist verlaupte Kacke die ganze Zeit! Alter, hier geht die ganze Zeit die Tür auf und zu! Soll ich den Scheißgeist verlaupte? Tch, Tch! 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 Sie ist hinter dir. Sie ist hinter dir. Alter, ist hier hässlich, Junge. Die ist weg. Jetzt macht die schon wieder die Tür auf. Jetzt schau an die Tür. Sie macht dir halt die Tür zu, oder? Da ist nichts, ist nichts, ist nichts, da ist nichts, da ist nichts, da ist nichts. Bist du wirklich sicher? Sie ist schon wieder hier, verdammte Scheiße. Nein! Fuck! Frag Uni ein. Welcome back. I've prepared some jobs for you. Alter, hast du dich jetzt einfach verpieselt? Was ist los mit dir? Ich sitze da oben in dem Scheißraum und du verdrückst dich einfach? Ist das unfassbar frech. Ey, ohne Scheiß. Ich sterbe da ein Toten am anderen. Boah. Alter Schiff. Ich habe keine Ahnung, was da passiert ist. Sie war da. Sie ist durchgängig. Dann ging sie raus, machte die Tür zu. Dann kommst du an, ey, leuchte auf die Tür. In dem Moment höre ich, wie die Tür hinter mir aufgeht und höre Schritte. Ich denke, Alter. Boah, ich hatte so Schiss, wenn ich mich umdrehe und leuchte der Ollen genau ins Gesicht oder so. Boah, ich hatte eine Panik. Bis zum nächsten Mal.